Heute stelle ich euch David Stockenreitner vor. David ist der einzige Mensch, bei dem ich kein Problem habe, ihm ins Gesicht zu sagen, dass er einen behinderten Humor hat. Weil ich weiß, er würde mir zustimmen. David ist Stand-up-Comedian. Und das, wo er die meiste Zeit auf der Bühne sitzt. Ok, ich werde das Witze machen lieber David überlassen, aber schaut auf seinem Instagram vorbei, folgt ihm auf Facebook und versucht unbedingt immer live zu sehen. Denn wir brauchen alle was zu machen. Also, reinschauen lohnt sich.